Jo man Punch Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Jump League und das Game startet direkt mit einem einfachen Jump Run, wie man sich so gewohnt ist, so einfache Jump Runs, ihr wisst bei mir, nicht so der Fall, ich bin nicht wirklich ein Jump Run Player, aber das Technik nehmen wir noch raus und mal schauen, das meine ich, ich schaffe schon nicht mal das erste Modul. Manchmal finde ich das komisch hier, ich spiele eigentlich nie, fast nie, Dings, hier, oh, na, fuck, Alter, ich spiele eigentlich fast nie Jump Leech, aber mir ist aufgefallen, dass manchmal dieses Modul am Anfang kommt, manchmal zu dritt und ich finde das ein bisschen verkackt, klar, es hat andere Maps und so, aber trotzdem, ich finde, das ist schon ein bisschen ein schwieriges Jump Run, aber trotzdem probieren wir das jetzt zu meistern und ich denke auch, dass wir es irgendwann hinbringen werden. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Jump Leech-Unde erinnern, dass es vor etwa einem Jahr war, das ist, wenn ihr das euch mal anschauen wollt, dann, wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich das, weil ich bin ein bisschen im Zeitstress und zwar, wer sich noch erinnern mag, das war vor etwa genau einem Jahr, ich ging ins Skilager und das gehe ich am Montag auch wieder und, ob ich das aufnehme, ist Freitag, gehe ich auch wieder dorthin, nicht ganz gleicher Ort, aber wieder Skifahren mit den Kumpels und ich habe es geschafft, ja, nice, dieses Modul, ich weiß nicht, wie das geht, aber scheint ein bisschen einfacher zu sein, meiner Meinung nach. Okay, wo ist denn hier die Kiste? Oh nein, zack, zum Glück habe ich die mitgenommen, da ist nämlich eine Brustin, war eine Brustin und das ist hier auch nicht so tricky. So, noch den Sprung hier, okay, wir nähern uns dem Guten, scheiße. So, hier rauf, ah, ist das nervig, eh. Hier rauf und jetzt da rauf, oh man, Alter, wieder hier rauf und jetzt hier rauf und jetzt hier rauf und jetzt hier rauf und jetzt hier rauf. Ah, ist das nervig, eh. So, weiter zum Thema, was ich noch erinnern kann, Skilagerwoche, da habe ich jeden Tag ein Video rausgehauen, da habe ich auch noch die Fähigkeit bearbeitet. Aber, zur Feier des Skilager, kann man es ja so sagen, hau ich in dieser Woche zwei oder drei Videos hoch. Mal schauen, wie viel ich noch schaffe, es ist jetzt neun und mir bleibt nicht mehr wirklich viel Zeit, aber, nein, ich bin, oh, ist das ne Kacke, Mann. Ich bin im Modul 3, vorhin habe ich noch eine Runde gespielt, habe ich mit Dave nicht so richtig verkackt, ne. Da war ich viel besser in Schamilion, tut mir jetzt leid. Ich schaffe es einfach nicht, ich schaffe es einfach nicht. Ich bin letzter, aber kein Ding. Ich bin am Vorproduzieren. Wenn ich diese Runde nicht wirklich gut bin, dann tut es mir leid, dass der zweite Aufnahmenversuch und ich will noch Kurski und SG bringen. Also wisst ihr, was die vielleicht die nächsten zwei Tage auf euch zukommt. Wenigstens haben wir es geschafft. Mal hier rauf. Hier. Okay, das scheint wieder ein bisschen einfacher zu sein. Hier haben wir noch eine Kiste. Das scheint echt einfacher zu sein. Das gefällt mir. Hätte ich ja nicht verkackt. So, wir sind wieder an der gleichen Stelle. Und ich verkack's schon wieder. So, jetzt nochmal hier. Ich muss einfach nur hochlaufen. Was mache ich denn die ganze Zeit? Okay, das Modul sieht einfach aus. Ist es aber nicht. Trotzdem probieren wir das jetzt mal hier zu schaffen. Was ich allerdings nicht tue. Ich bleib mal auf dem blauen hier stehen. Jetzt. Oh, ich springe einfach nicht rechtzeitig. Jetzt hier. Ne, schaffen wir nicht. Was ist los? Und jetzt. Ah, ne. Ich glaube, das muss ich, glaube ich, im Flow machen. Ja, genau. Im Flow. Okay. Oh, nice. Ein Steinschwert. Das gefällt mir doch. Hier so. Und. Ja, geschafft. Nice. Das gefällt mir. Hier. Zaunsprünge. Kann ich eigentlich. Manchmal gehen die gar nicht. Manchmal klappen die. Jetzt hat es gar geklappt. Ziehen wir mal. Modul 6. Ja, Modul 6 ist bei mir so immer. Modul 6 war kackig. Ist ein drittsletzter. Aber trotzdem mal schauen, was wir noch so reißen können. Hier. Dieses coole Jump'n'Run habe ich gestern, als ich mal in den Comics gespielt habe. Völlig verkackt. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Nice. First try. Okay. Das schaut gut aus. Ihr sneekend rumgehen. Okay. Geschafft. Ich glaube, das muss ich so machen. Ja. Geschafft. Schauen, wie ich da rankomme. Okay. Oh, nice. Nice. Oh, ich hasse solche Dinge, wo man sich selber knechten muss. Ich hoffe, wir können dann im Deathmatch ein bisschen was reißen. Denn das startet jetzt schon mal. Oh, ich werde mich mal jetzt umziehen. Nice. Das Deathmatch startet. Gut, wir haben. Was zu essen haben wir. Oh, wir haben noch vier Pfeile. Da können wir doch mal was reißen, würde ich sagen. Ähm, ich bin auch extra in Teams verboten gegangen. Was ist das ein Team? Oh, Fick. Nein, bitte nicht. Warum? Warum? Warum teamt ihr? Warum? Warum? What the fuck? Hä? Was ist mir da los, Mann? Ich hasse solche Leute, ne? Wenn ich wieder verkacke, tut es mir leid. Ich werde diese Runde nehmen. Ich weiß nicht, ob die im Team waren. Aber die haben richtig verdächtig gespielt, ne? Oh, und ich spiele auch gerade richtig kacke. Was ist denn los? Ein Bogenhit. Okay, einen habe ich bekommen. Zweiten habe ich. Der hat einen Spinnwetten für mich. Pfeile und Essen. Nice. Ja, das ist doch ein Team, Alter. Oh, fuck, Mann. Ohne Witz. Ohne Witz. Jetzt hätte er angreifen sollen. Ich war im Spinnen jetzt, Idiot. Jetzt, das wird dein... ...Untergang sein. Okay, der können wir mal... ...ja, Leck killen. Ist mir scheißegal. Pfeile. Was können wir noch? Nichts mehr. Doch, ich nehme auch was, dass andere nichts nehmen können. Äpfel. Wo ist der Pisser hin, ne? Den müssen wir uns jetzt hier kriegen, oder? Da ist er. Und... Ja, den haben wir. Team Salad. Oh, ich bin doch so dumm. Ich bin vorhin... ...hab... Ne. Hä? Okay, tut mir leid. Ich. Die ganz Anschuldigung. Tut mir wirklich leid. Ist nicht. Ich bin dumm. Okay, ich muss da... Ich habe mich selber geknechtet. Okay. Jetzt muss ich schauen, wie ich die ausspielen kann mit. Komm, den kriegen wir... Noch ein Pfeil. Nice. Dann haben wir gekriegt. Haben wir gekriegt. Nice, nice, nice. Da kommt er auch schon wieder. Und... ...ein Pfeil. Noch nicht. Oh, ich habe den gekriegt. Oh mein Gott. Nice. Intense, Alter. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir da ein Team ausspielen. Wir müssen diese Mona kriegen. Ich weiß auch gerade nicht, wo sie sind. Okay, das... ...ist die... ...der Emre. Da ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich habe klein wenig gegessen. Soll ich einmal mal schreiben, Mona Team? Keine Ahnung, man. Die werden mich so easy racken, Alter. Weil die einfach zu zweit sind. Okay, ich probiere jetzt einen zu kriegen. Okay, ich habe Scheiße gespielt. Ma, die können... Oh, ich bin aber auch dumm. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich würde mich freuen über eine positive Bewertung. Und wenn ihr noch das Schickt oder die als Skilagerwoche kennt, dann auf jeden Fall mal... ...Hashtag... ...SkiLagerwoche in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ich da ein paar sehe, die noch von den alten Seiten aktiv sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Und... Tschüss... Bis zum nächsten Mal.